In IOTA 2.0 bedeutet Finalität, dass eine Transaktion nicht umkehrbar ist. Um die Finalität zu erreichen, muss der Block, der die Transaktion enthält, zunächst von einer überwältigenden Mehrheit des Validatorausschusses bestätigt werden. Blöcke, die unbestätigt bleiben, werden später automatisch entfernt. Der Bestätigungsprozess dauert im Durchschnitt nur ein paar Sekunden. Das Erreichen der Endgültigkeit als letzter Schritt dauert etwa eine Minute. Das ist die benötigte Zeit, um eine Slot-Engagement-Kette zu finalisieren, ein Link chronologischer Schnappschüsse bestätigter. Sobald die Validatoren das Slot-Engagement ratifiziert haben, wird der Block endgültig. Zusammen mit allen anderen Blöcken in dieser Slot-Verpflichtung. Abgeschlossene Transaktionen sind sicher, das heißt, sie können nicht gelöscht oder geändert werden.